Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Das U-Boot wird vom NDR live untertitelt. Das U-Boot wird's wohl nicht mehr lange machen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Ah! Das ist noch nicht aufrecht. Wir haben auch keine Art. Das ist noch nicht aufrecht. Oh, 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 oh! Ah! Soviel zum Rettungs-U-Boot. Zeit für Plan B. Es geht nur nach oben. Die Torpedosteuerung müsste da vorne sein. Die Torpedosteuerung müsste da vorne sein. Die Torpedosteuerung müsste da vorne sein. Das Wasser steigt schnell! Beeilung! Wenn ich ausbüte, bin ich erledigt. Okay. Oh! Oh! Das Wasser steigt schnell! Beeilung! Das Wasser steigt schnell! Beeilung! Das Wasser steigt schnell! Das Wasser steigt schnell! Das Wasser steigt schnell! Mit der Fahr Katherine des Finals ausgerichtet werden! Höre! Der Flugzeug entsteht eine hohe Konsequenzen der Strecke! Oh, 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 oh. Das Geburt sind schnell. Das Geburt sind schnell. Huch! Huch! Oh! Das Boot sinkt schnell. 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 Okay, Strom ist da. Mal sehen, wie viel Überzeugungskraft nötig ist. Das Boot sinkt schnell. 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 Okay, der Strom ist da. Höhlenbruch bei 2500 Fuß Tiefe. Sprechen Sie Ihre Antworten ins Mikrofon. Identifizieren Sie sich. Bin gerade beschäftigt. Später vielleicht. Nennen Sie Ihren Namen. Möchle. Machin, es ist da. Eda, Wun. Autor ist hier. Mit Wun. Mit Wun. Vor sechs Monaten experimentierten sie in Hedonia an Menschen. Es geschah auf Simmons Befehl, aber sie folgten ihm wildlich. Wie wollen sie ihre Verbrechen sühnen? Nette Geschichte. Aber werfen wir einen Blick auf die Fakten. Ich arbeite nicht für Simmons. Ich habe nichts zu sühnen. Sprechen Sie Ihre Antworten ins Mikrofon. Ich habe nicht vor, für etwas zu wüßen, das ich nicht getan habe. Autorisierung erfolgreich. Ich weiß alles über Sie, Miss Wong. Alles. Ich weiß, worauf Sie mich sehen. Globales Chaos. Habe ich recht? Wenn Sie mich so genau kennen, wissen Sie das doch. Globales Chaos? Da habe ich ganz andere Wünsche. Aber das würde Simmons quälen. Also liegt es gar nicht so. Sprechen Sie Ihre Antworten ins Mikrofon. Wenn es Simmons quält. Klar. Autorisierung erfolgreich. Ich muss Ihnen nicht antworten. Meine letzte Frage. Was bekämpfen Sie? Höhle nur noch mal zurück. Alles, was sich mir in den Weg stellt. Oh, der Virus macht das immer wieder. Sie haben einfach gesellschaftlich. Identifikation abgeschlossen. Not erwartet Sie. Ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Autorisierung abgeschlossen. Die Dregelung startet. Gut, dass das noch was. Irgendetwas gefunden? Eine sechs Monate alte Aufnahme. Dann hat sich die Reise ja gelohnt. Was denn? Sie wissen immer noch nicht, was los ist. Ich erkläre es Ihnen. Morgen trifft ein Bioterrorangriff die Vereinigten Staaten. Danach wird China und große Städte auf der ganzen Welt dasselbe Schicksal ereilen. Durch die Hand von Niu Umbrellas. Ada Wong. Wenn Sie glauben, dass ich für Sie den Sündenbock spiele, Simmons, haben Sie sich geschnitten. Mit ACG malad выlusive die Ausputung von Niu Umbrellas. 넘 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017